So, liebe Leute, ich melde mich hier mal zurück für ein kürzeres Video, das ich ohne Skript machen werde, denn es gibt ein Thema, das ich hier, denke ich, kurz besprechen sollte. Ich denke, quasi alle von euch haben es mitbekommen. Nord Stream 1 und Nord Stream 2 wurden gesprengt. Zunächst gab es nach den Seismologen in Schweden eine schwere Detonation bei Nord Stream 2. Das war in der Nacht auf Montag um 2 Uhr. Anschließend am Montagabend um 7 gab es zwei Detonationen bei Nord Stream 1. All diese Detonationen haben stattgefunden in internationalen Gewässern, was ganz interessant ist. Man hat hier tunlichst vermieden, den Raum von Dänemark zu benutzen, um diese Sprengung einzuleiten. Direkt vor der dänischen See um Bornholm herum wurde Nord Stream 1 gesprengt. Und weiter südlich, ebenfalls außerhalb, auch wenn Nord Stream 2 nicht diesen Seeraum berührt, wurde Nord Stream 2 gesprengt. Dass das Ganze irgendeine Form von einem Anschlag konstituiert, ist, glaube ich, an diesem Punkt allen klar. Das wird auch in der Mainstream-Presse nicht mehr verschwiegen. Und laut einem Insider, einer eingeweihten Person, die bei der Bewertung der Bundesregierung von dieser Geschichte zugegen war, geht man davon aus, dass ein staatlicher Akteur dafür verantwortlich ist. Denn um so eine Operation erfolgreich durchzuziehen, ich glaube, in 70 Meter Tiefe bräuchte man irgendwie Spezialkräfte oder ein U-Boot mit einem Torpedo oder irgendetwas dergleichen. Welche Nation dafür verantwortlich ist? Gut, ihr werdet schon wissen, was die Lackmus-Reflex-Antwort unserer Regierung und unserer Presse darauf war. Russland natürlich. Man ermittelt offenbar einzig in diese Richtung, laut einem Kurio, jedoch ohne irgendeinen konkreten Anhaltspunkt dafür zu haben. Es wurde dann verwiesen darauf, dass Russland technisch in der Lage dazu wäre. Nun, ich kenne noch ein anderes Land, das technisch in der Lage dazu wäre. Und ich schließe mich dem Bundeswehrkommandeur Gis an, der in der Tagesschau oder besser gesagt im NDR verkündete, Aus unserer Sicht ist natürlich die Aufeinanderfolge der Teilmobilmachung Russlands, der Referenten in Anführungszeichen und jetzt die Geschichte mit der Pipeline eine sehr bemerkenswerte Abfolge der Ereignisse. Ja, dem schließe ich mich vollumfänglich an. Das ist eine sehr bemerkenswerte Abfolge der Ereignisse, jedoch keine, die in irgendeiner Form nahe liegen würde, dass Russland dahinter stecken würde. Also, helft mir hier mal. Was hat Russland davon? Letztes Wochenende noch hatte Russland volle Kontrolle darüber, ob durch diese Pipelines Gas läuft oder nicht. Russland kann uns im Winter, und ich denke, das war wahrscheinlich auch der Plan, jedenfalls ist es, was ich machen würde, wenn ich Putin wäre, Nord Stream 1 einfach zudrehen und dann sagen, wir nehmen jetzt Nord Stream 2 in Betrieb oder es gibt überhaupt kein Gas mehr. Das können sie jetzt nicht mehr. Das Ding scheint komplett gegrillt zu sein, also so zumindest die ersten Erkenntnisse. Es füllt sich mit Wasser. Ich glaube auch, dass, wenn man eine Operation von diesen Ausmaßen durchführt, man schon bedacht haben wird, dass das Ding da nicht reparierbar ist innerhalb von 24 Stunden oder auch nur ein paar Monaten. Ich denke, im Mindesten für den Winter ist das Ding im Arsch. Hätte Russland das gemacht, dann hätten sie ihren gesamten Leverage, all ihre Druckmittel gegenüber Deutschland absichtlich zerstört. Ich meine, klar, so ist Deutschland und erweitert dann die EU auch der Gefickte. Aber die Russen haben keine Karotte mehr vor unserer Nase, sondern nur noch einen Stock. Die Russen können uns nicht mehr anbieten, unter Bedingungen ABC uns zu entficken. Warum sollten sie das tun? Das wäre das Dämlichste, was die Russen jemals gemacht hätten. Jedoch sprach ich gerade davon, dass ich diese Abfolge ebenfalls sehr interessant finde. Was ich auch zeitlich interessant finde, ist, dass ein großer Flottenverband der Navy, also des Ami-Militärs, am 24.09. den Fehmarn-Belt passiert hat. Der Fehmarn-Belt befindet sich hier. Die Explosionen fanden hier statt. Den Clip, den ihr wahrscheinlich schon gesehen haben werdet, wenn ihr euch in den alternativen Medien damit auseinandergesetzt habt, von beiden, will ich auch nochmal kurz zeigen. Die quasi Ankündigung von etwas in diese Richtung, sagen wir es mal so. Wenn Russland invades, das bedeutet, die Tanks oder Truppen crossen die Grenze der Ukraine wiederholen. Dann wird es nicht mehr ein Nord Stream 2. Wir bringen uns ein Ende. Das war übrigens noch vor dem Einmarsch. Das war die Ankündigung, dass im Falle eines Einmarsches Amerika Nord Stream 2, ob Deutschland will oder nicht, ein Ende setzen werde. Und auf die Frage der Reporterin, wie man das denn bewerkstelligen wolle, da es doch eigentlich im Hoheitsgebiet von Deutschland liege oder in der Entscheidungsgewalt von Deutschland, verspricht er dann, dass man das schon irgendwie hinbekäme. Die Auswirkungen davon waren innerhalb von 24 Stunden schon gravierend. Der Gaspreis ist gestiegen um 12 Prozent innerhalb von einem Tag. Aber dennoch versucht man natürlich, uns hier zu beruhigen. Keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit habe das Ganze. Und ich sehe gleichzeitig auch außerhalb von unseren Medien oder unserer Politik diesen Sturm von Propaganda in quasi allen sozialen Medien, überall, wo irgendwie über dieses Thema diskutiert wird. Paradebeispiel 9Gag. 9Gag ist ja irgendwie so NATO-Propaganda-Central aus irgendeinem Grund geworden, was diesen Konflikt angeht. Kein Tag vergeht da, wo man nicht zumindest ein Drittel Posts darüber sieht. Und in den Kommentaren darunter zu vielleicht 80 Prozent Bots, die darüber diskutieren aus einem bestimmten Blickwinkel. Genauso ist es auch hier. Überall, wo dieses Thema besprochen wird, wissen alle schon, es war Russland. Warum? Ich kann hierüber nichts Definitives sagen. Ich finde das alles ein wenig fishy, sagen wir es so. Ich glaube auch nicht, dass Greta sich die Taucherflossen übergestülpt hat und darunter geschwommen ist. Wenn ich Geld setzen muss, dann waren das die Amis. Und wenn es die Russen gewesen sein sollten, dann erschießt sich mir zu 0 Prozent. Warum? Und bei den Amis? Naja, erschießt sich mir das halt zu 3000 Prozent. Sie waren von Anfang an gegen Nord Stream 2 oder eigentlich jeglichen Handel, den wir mit Russland betreiben. Sie sind jetzt seit dem Krieg noch 3000 Prozentig mehr. Irgendwie mag ich die Zahl 3000 Prozent gerade, aber egal, gegen Nord Stream 2. Sie haben angekündigt, im Falle dieses Krieges Nord Stream 2 zu zerstören. Und sie könnten genau die Sorge haben, dass diese Taktik, die ich bei den Russen geschildert habe, also abwarten bis zum Winter, Nord Stream 1 dicht und dann sagen, jetzt machen wir 2 auf oder es gibt kein Gas mehr, umgesetzt wird und wir uns erpressen lassen, mit Russland genau den Handel zu betreiben, den die Amis auf keinen Fall haben wollen. Wem nützt es? Und nun? Nun sind wir nicht mehr ein erpressbares Risiko aus Sicht der Amis. Nun sind wir einfach gefickt. Also der Gegenstand, mit dem wir erpresst werden, der ist jetzt so oder so da, den kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr weg, aber die Russen können uns ja nicht mehr helfen. Insofern kann man doch dann auch gleich voll ins Kriegshorn blasen, sagen, okay, Panzerlieferung, Boykott von diesem und jenen, bla 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 bla. Und genau da wollen die Amis uns haben. Tja, das wäre eigentlich auch schon meine kurze Bestandsaufnahme zu dem Thema. Wir werden sicher in der Honigwerbe auch noch mehr darüber reden. Die Patreons werden natürlich nicht für dieses Video hier zur Kasse gebeten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, soweit man mit dem Weltuntergang Spaß haben kann. Und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, morgen am Donnerstag nochmal in der Ketzerkirche. Wir wollten uns das Interview bzw. die Debatte zwischen Weidel und Strack-Zimmermann ansehen. Bis dann oder bis Sonntag. Haut rein! Wir sehen uns dann.